Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem tollen Video. Neue Nachrichten kamen von Özger Yages und Göckberg Demetschi. Özger Yages und Göckberg Demetschi fassten den Entschluss, ihre Liebe zu dokumentieren. Die berühmte Schauspielerin Özger Yages, die kürzlich ein brandneues Lokal eröffnet hat, veröffentlichte romantische Aufnahmen mit ihrem Liebhaber Göckberg Demetschi. Die berühmten Schauspieler Özger Yages und Göckberg Demetschi, an die man sich mit ihren Figuren in der Fernsehserie Jemin erinnert, sind in Cheshme, wo sie von allen bewundert werden. Zwei berühmte Namen, die im Freundeskreis leben. Die Schauspieler Özger Yages und Göckberg Demetschi, die sie haben kürzlich ihre Ehe bestätigt, indem sie ihre Liebesfotos geteilt haben und beschlossen zu heiraten. Diese Neuigkeiten präsentierten sie ihren Fans. Özger Yages und Göckberg Demetschi teilten ihre besonderen Erinnerungen mit ihren Fans und machten sie sehr glücklich. Die Details der Heiratsentscheidung von Özger Yages und Göckberg Demetschi, die romantische Posts teilen, markieren den Punkt, an dem das Paar, das nicht so oft miteinander teilen möchte, seine Entscheidung änderte. Das Liebespaar machte sich mit seinem romantischen Post einen Namen in den sozialen Medien. Das berühmte Paar, das voneinander beeindruckt ist, sobald es in den sozialen Medien Likes oder Punkte auf seinen Posen sieht, trifft sich häufig, auch wenn sie in verschiedenen Städten sind. Was denken sie über die Heiratsentscheidung von Özger Yages und Göckberg Demetschi? Sie können ihre Gedanken mit uns teilen. Auf Wiedersehen!